Der vielseitige Performer. Unsere 1,5 Zoll Monster Umschaltknarre mit 425 mm Länge wiegt knapp 750 Gramm. 100 Zähne und eine Power von fast 1000 Newtonmeter. Die Köpfe unserer neuen Ratschen sind ca. 15% schmaler im Vergleich zu Standardmodellen. Perfekt, wenn es eng wird. Eine Gewichtsreduktion von 10% ermöglicht effizientes und ermüdungsfreies Arbeiten. Die Monsterfamilie wächst. Mechanisch, kraftvoll, präzise. Gemacht für Generationen. Und ganz nebenbei, mit bis zu gewaltigen 1000 Newtonmeter, die besten Ratschen, die wir je gebaut haben. Unsere Monsterratschen sind einmalig, im wahrsten Sinne. Stückgeprüft mit individueller Seriennummer. Monsterratschen. Monsterpremium. Monsterinnovativ. Unsere Doppelpin-Technologie verhindert das Durchrutschen des Ratschenmechanismus. Unsere geschlossene Mechanik im Ratschenkopf garantiert Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen. Und unsere Kugelsicherung am Vierkant ist zuverlässig und bietet extremen Halt. Wir sind 15% schmaler und damit 10% leichter. Denn viel Leistung muss nicht zwangsläufig viel wiegen. Entwickelt von Profis. Gemacht für Profis. Für höchste Ansprüche. Wie alle Werkzeuge aus der Monsterfamilie werden auch die Monsterratschen dem hohen Anspruch an jedes einzelne Bauteil gerecht. In puncto Qualität, Verarbeitung und Langlebigkeit. Und in puncto Einsatzmöglichkeit und Vielfalt. Denn wir bieten gleich sechs mit einem Streich. Vom handlichen Hosentaschenformat bis zum Monster mit Teleskoparm. Und weil wir wissen, was wir können, geben wir 10 Jahre Full-Service-Garantie. Damit unsere Garantie genauso Premium ist wie unsere Produkte. Präzision und Qualität mit jeder Umdrehung. Exklusiv für Mitglieder des KS-Tools Member Club. Starke 10 Jahre Full-Service-Garantie. Unsere KS-Tools Monsterratsche. Löst. Zieht an. Verbindet. Zieht an. Zieht an. Zieht an. Zieht an. Vielen Dank.